...vom FNFC Köln mit Herrn Zeichler. Ja, begrüße alle vielen Freunde, die ich in Köln habe und an alle FC-Fans, die heute hier in diesem Stadion zu Gast sind. Wie ist die Ausbildung im Ballballmannschaft? Da haben wir mit den Nr. 1-Symptomen Simon Hoffmann, mit den 3-Dominik Heinz, die 4-MX-Hürnze, die 6-Marco Höger, die 7-Marcel Isse, die 9-Simon Tirade, mit den 13-Maria Osako, mit den 14-Maria Osako, mit den 14-Maria Osako das Rektor der Kapitän, mit der 22-Forte Muree und mit der 39. Wir kommen zurück in Bremen, Klaue! 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 Und wieder einmal, dass Sie festhalten, bis jetzt.